Mit Kendall beim Rauchen, Barbara Meyers Golden Globe Report Wer hier dabei ist, ist ein Megastar. Bei den diesjährigen Golden Globes in Los Angeles gaben sich die Hollywood-Stars reihenweise die Klinker in die Hand. Auch mit von der Partie, Barbara Meyer, 31. des deutschen Modelschritts neben Stars wie Justin Timberlake, 36, und Maria Cari, 47, über den roten Teppich. Doch nicht nur das sie erlebte auch echte VIP-Momente. Wie sie jetzt gegenüber Bild verriet, bekam sie nicht nur ein Kompliment von Annelina Jolie, 42, sondern traf auf Kendall Jena, 22, bei einer Zigarette, ich hatte immer gedacht, dass sie Star-Allüren hat, aber davon war keine Spur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017